Was könnte denn in Bezug auf Wohnen in Köln besser laufen? Es könnte ein größeres Angebot geben, es könnte vielleicht sogar noch ein bisschen, also wenn man ganz utopisch ist, ein bisschen mehr Grünfläche geben. Wohnungen bauen grundsätzlich, aber ich denke eher das Problem ist, wenn auf Wohnungen spekuliert wird. Also es ist ja viel, dass Wohnungen gekauft werden, die sind dann leerstehend, einfach nur damit man die Mieten dann nachher abgreift. Ein bisschen bessere Preise könnte es auch geben. Die Mieten sind ja schon einfach viel zu teuer, viel zu hoch. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Wie ist das denn bei dir gelaufen? Bist du leichter an eine Wohnung da gekommen? Ja, ich hatte Glück, tatsächlich. Ich habe einen Tag Besichtigung gehabt und dann war auch schon eine Wohnung dabei. Also ich hatte das Glück, dass mein Freund schon in Köln wohnte und ich bin dann zugezogen. Deswegen mussten wir uns um eine Wohnung noch nicht kümmern und der hatte auch relativ Glück. Also ich habe glaube ich sechs Monate gebraucht und habe dann durch einen ganz doren Zufall eine Wohnung bekommen. Dann die Wohnung von mir übernommen. Also das war grauenhaft. Also wir hatten auch schon, dass uns gesagt wurde, ihr kriegt die Wohnung und dann haben wir sie nicht bekommen. Und das zweimal beim gleichen Vermieter sogar.